hallo meine lieben freunde und willkommen bei dem kleinen video bei dem ich mich mal bei allen mitwirkenden bedanken will anlässlich des hundertsten videos auf meinem kanal das habe ich jetzt mal zum anlass genommen um mich persönlich zu bedanken bei allen die mitgewirkt haben meinen videos natürlich auch bei allen zuschauern und deshalb möchte ich mal persönlichen dank aussprechen ivan handrich meinem technischen schutzengel ohne den es dieses studio gar nicht gebe bei stefan tschech meinem treuen wegbegleiter und bassisten der mich jetzt auch schon über fast zwei jahrzehnte begleitet bei karin beim ralf greiner der bettina der familie steiert der larissa bei andre hoffmann simone zito der eva sauter beim björn jund und seinem kanal hildrud 48 das auch videos von mir vorstellt gedreht von herrn jund und nicht zuletzt bei rudy ortlieb wir vermissen dich sehr natürlich auch bei allen zuschauern und abonnenten meines kanals möchte mich bedanken und vor allem bei dir der du gerade zuschaust also noch einmal ein herzliches dankeschön and god bless abonnenten